Wie wirkt Licht auf uns Menschen? Sind manche Menschen abends leistungsfähiger als morgens oder ist das nur Disziplin? Gibt es wirklich eine innere Uhr und wenn ja, wie funktioniert sie? Diesen und weiteren Fragen werden wir in dieser Podcast-Folge nachgehen. Herzlich willkommen zu Auf den Grund gegangen, dem Podcast des Max-Planck-Campus Tübingen. Mein Name ist Viola Brand. Und ich bin Sophia Jans. Und zusammen sprechen wir mit WissenschaftlerInnen unserer Max-Planck-Institute über ihre Forschung. Heute gehen wir der Wirkung des Lichts auf den Menschen auf den Grund. Dazu sprechen wir mit Prof. Dr. Manuel Spitschern vom Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik. Hallo Manuel, danke, dass du da bist. Fühlst du dich wach? Hallo Sophia, ja, ich bin sehr wach. Ich bin gerade zum Institut gelaufen und habe meine tägliche morgendliche Lichtdusche gekriegt und bin dementsprechend wach und bereit für den Tag. Deine Lichtdusche. Was hat dir deine Lichtdusche jetzt gebracht oder was hat es damit auf sich? Genau, also es ist ja so, dass wir, unser Tagesrhythmus ist gesteuert durch Licht und insbesondere am Morgen, wenn wir uns am Morgen Licht aussetzen, bringt uns das natürlich viel besser in den Tag, weil dadurch unser Körper aktiviert wird, unser Gehirn fängt an wirklich zu arbeiten und unsere innere Uhr wird auch gesetzt durch diese Lichtdusche. Und ist das egal, welches Licht? Also wir sitzen ja jetzt hier auch, wir sitzen in einem schönen, fensterlosen Raum. Das sehen jetzt unsere Zuhörer nicht, aber wir haben hier wunderbare Neonröhren. Ist das auch eine gute Lichtdusche für dich gerade? Na, also Tageslicht ist schon besser. Also das ist einerseits ein Spektrum, was natürlich ganz anders ist, was wir draußen kriegen, weil es viel breiter ist, also viel mehr Licht, weil viel mehr Wellenlängen da ist und natürlich auch viel mehr. Ja, also jetzt in Innenräumen sind Lichtquellen natürlich eher punktuiert, je nachdem, wie die Lichtgestaltung ist. Aber Tageslicht hat natürlich die Eigenschaft, dass es sowohl sehr hell ist, als auch viel davon da ist im Raum sozusagen. Du hast jetzt Spektrum gesagt. Was genau heißt das und auf was im Spektrum kommt es da an? Genau, also ein Spektrum ist letztendlich eine physikalische Beschreibung von Licht, was ein Spektrum einem sagt, ist, wie viel Licht bei einer ganz bestimmten Wellenlänge da ist. Eine Wellenlänge, das kann man sich so vorstellen, das Licht, ja, es bewegt sich im Raum wie eine Welle und je nachdem, wie schnell die sich bewegt, hat es eine unterschiedliche Wellenlänge. Kurzwelliges Licht ist das, was wir als blau wahrnehmen und längerwelliges Licht ist das, was wir als rot wahrnehmen. Okay, okay, das ging jetzt etwas zu schnell. Also nochmal. Wir können uns Licht als Wellen vorstellen, genauer gesagt als elektromagnetische Wellen. Diese Wellen können unterschiedlich schnell schwingen, also unterschiedlich lang sein. Wenn ihr euch den Verlauf einer Welle vorstellt, dann bedeutet eine schnelle Welle sozusagen, dass die Welle hochgeht, aber gleich wieder runterkommt. Eine lange Welle ist entsprechend lang gezogen. Für uns Menschen sichtbar sind diese Wellen in Form von Licht überhaupt nur in einem Bereich von etwa 380 bis 780 Nanometern Länge. Längere Wellen sind zum Beispiel Radiowellen oder Infrarot und kürzere Wellen zum Beispiel Röntgenstrahlung. Je nach Wellenlänge sehen wir andere Farben. Kurzwelliges Licht nehmen wir als violett bis blau wahr. Langwelliges Licht sehen wir als rot. Und dazwischen finden sich alle Farben des Regenbogens. Egal ob das Licht von der Sonne oder einer Glühbirne kommt, eine Lichtquelle, also zum Beispiel eine Glühbirne, gibt fast immer Licht verschiedener Wellenlängen ab. Welche unterschiedlichen Wellenlängen jetzt genau von der Lichtquelle ausgehen, das nennt man Spektrum. Das Spektrum einer Lichtquelle bedeutet also, welche verschiedenen Wellenlängen von der Lampe ausgehen. Aber wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Tageslicht und den Lampen, die wir in geschlossenen Räumen haben? Es ist natürlich so, dass die Sonne und dann die Sonne, wie sie durch die Atmosphäre gefiltert wird, relativ viel Licht bei vielen unterschiedlichen Wellenlängen hat. Dementsprechend ist es ein breitbandiges Spektrum oder ein breites Spektrum. Und das aktiviert natürlich die Zellen in unserem Auge viel breiter oder viel mehr als ein eher schmales Spektrum, wie zum Beispiel durch Fluoreszenzröhren oder andere Lampen. Leuchtstoffröhren und Co. haben also viel weniger verschiedene Wellenlängen als die Sonne. Das heißt, das Spektrum ist schmaler. Aber wie ist es denn nun mit Tageslichtlampen? Angeblich sollen Tageslichtlampen ja das Tageslicht imitieren, sonst würden sie ja so nicht heißen. Stimmt das? Um Tageslicht zu imitieren, kommt es auf zwei Faktoren an. Der eine Faktor ist die Helligkeit des Lichts. Der andere Faktor ist die Kombination aus verschiedenen Wellenlängen. Dazu kommt auch noch, dass Tageslicht natürlich eine viel größere Lichtquelle ist als irgendwelche Lampen. Es gibt einige Tageslichtlampen, deren Licht für uns wie Tageslicht aussieht. Für Fotografen können diese Lampen sehr nützlich sein, weil das Licht rein optisch sehr ähnlich zum Tageslicht ist. Es kann aber sein, dass es zwar ähnlich aussieht, aber sich das Licht tatsächlich aus ganz anderen Wellenlängen zusammensetzt als Tageslicht, also ein anderes Spektrum hat als das Tageslicht. Das würde also bedeuten, dass es zwar gleich aussieht, aber durch eine andere Zusammensetzung der Wellenlängen nicht die gleiche Wirkung auf uns hat, wie das natürliche Tageslicht. Und was ist mit den Lampen, die unter dem Namen Vollspektrumlampen vermarktet werden? Sie kombinieren tatsächlich verschiedene Wellenlängen und manche davon werden zum Beispiel eingesetzt, um Pflanzen auch in fensterlosen Räumen aufziehen zu können. Der Begriff Vollspektrum hat aber keine genau festgelegte Bedeutung. Oft wird er einfach nur als Marketingbegriff verwendet. Der andere Faktor, um Tageslicht zu imitieren, ist die Helligkeit. Helligkeit kann man in der Einheit Lux messen. Innenräume sind normalerweise mit etwa 300 bis 500 Lux beleuchtet. Handelsübliche Tageslichtlampen erreichen hingegen etwa 10.000 Lux. Klingt erstmal viel, aber ist letztlich nur ein Zehntel der Helligkeit, die man bei strahlendem Sonnenschein im Sommer abbekommt. Und es hängt aber auch davon ab, wie nah man an die Lampe herangeht. Selbst bei einem Spaziergang unter bedecktem Winterhimmel wird man immer noch mit 3.500 Lux ausgeleuchtet, also immerhin noch mehr als einem Drittel dessen, was teure Tageslichtlampen bringen. Wenn man also in dunklen Wintermonaten nicht wirklich rausgehen kann, dann kann die Unterstützung einer Tageslichtlampe durchaus sinnvoll sein. Besser wäre es aber immer, wirklich rauszugehen, vor allem dann, wenn die Sonne scheint. Denn in Wahrheit gibt es keine Leuchtmittel, die Tageslicht wirklich imitieren oder ihm auch nur nahe kommen können. In ihrer Wirkung auf uns Menschen sind Lampen jedenfalls nicht mit dem echten Tageslicht vergleichbar. Und dann war da aber noch was. Die Zellen in unserem Auge. Okay, die Zellen in unserem Auge. Was hatte man da nochmal im Biologieunterricht gelernt? Stäbchen und Zapfen? Es gibt die Stäbchen und die Zapfen. Und das sind letztendlich die Fotorezeptoren, die uns ermöglichen, die Welt zu sehen und wahrzunehmen. Die Stäbchen sind sehr lichtempfindlich. Das sind die Fotorezeptoren, die uns ermöglichen, jetzt in sehr dunklen oder sehr dimmen Umgebungen ein bisschen Konturen zu sehen. Und die Zapfen sind die eigentlichen Rezeptoren, die uns jetzt ermöglichen, bei Tageslicht oder tageslichtähnlichen Bedingungen Farbe zu sehen, Bewegung zu sehen und eben räumliches Detail zu sehen. Und zusätzlich zu diesen Zapfen und Stäbchen wurde vor ca. 20 bis 25 Jahren ein weiterer Fotorezeptor entdeckt. Und dieser Fotorezeptor, der ist eben für die Einstellung unserer inneren Uhr zuständig. Puh, ganz schön viel Information. Das fasse ich zur Sicherheit nochmal zusammen. In unserer Netzhaut gibt es verschiedene lichtempfindliche Nervenzellen. Diese nennt man Fotorezeptoren. Die Stars unter den Fotorezeptoren sind die allseits bekannten Zapfen und Stäbchen, mit denen wir Farben, Formen und Bewegungen wahrnehmen können. Den Oscar für die beste Nebenrolle geht allerdings an die fotosensiven Ganglienzellen. Auf Englisch heißen diese Zellen intrinsically photosensitive retinal ganglien cells. Es gibt ja eben diese Fotorezeptoren im Auge, die Zapfen und Stäbchen. Und dann weitere Nervenzellen, die die Signale verarbeiten von den Zapfen und Stäbchen. Und einige dieser Nervenzellen, die Ganglienzellen, sind lichtempfindlich, ohne dass sie Lichtsignale von den Zapfen und Stäbchen erhalten. Das funktioniert so, dass in den Zellen selbst ein Photopigment, also ein lichtempfindlicher Stoff, ein lichtempfindliches Protein ist, was eben auf Licht antwortet und dazu führt, dass diese Nervenzellen, diese Ganglienzellen angesprochen werden. Dementsprechend dann Signale generieren, die dann weiter vom Gehirn verarbeitet werden. Das Photopigment, also dieses Protein, was lichtempfindlich ist, heißt Melanopsin. Nicht zu verwechseln mit Melanin oder Melatonin oder anderen Melanophoren zum Beispiel. Und Melanopsin ist eben kurz, also eingestellt auf kurzwelliges Licht. Das antwortet am besten auf Licht mit einer maximalen Empfindlichkeit bei ca. 490 Nanometern. Nanometer, das ist die Einheit von Wellenlänge. Wir halten fest, es gibt drei verschiedene Arten von Photorezeptoren. Die Zapfen, die Stäbchen und die Melanopsin-haltigen Ganglienzellen. Die Melanopsin-haltigen Ganglienzellen reagieren auch auf Licht. Und zwar enthalten sie, wie der Name schon sagt, Melanopsin. Melanopsin ist ein Photopigment, welches vor allem auf kurzwelliges, also blaues Licht reagiert. So ganz pauschal kann man das dann aber auch nicht sagen. Diese Rezeptoren werden angesprochen maximal durch kurzwelliges Licht bei 490 Nanometern. Die werden aber auch angesprochen durch alles andere Licht, was irgendwie deaktiviert. Und das liegt daran, dass der Photorezeptor oder diese Zellen, die können gar nicht unterscheiden. Okay, ist das jetzt ein Licht von zwei Wellenlängen, die unterschiedliche Wellenlängen oder zwei Lichter, die unterschiedliche Wellenlängen haben? Oder sind das zwei Lichter von unterschiedlichen Intensitäten? Das ist letztendlich ein Prinzip, da nimmt dieser Photorezeptor einfach die Photonen an, gewichtet sie sozusagen, je nachdem, welche Wellenlänge die haben und summiert das dann ab, egal woher dieses Licht jetzt kam. Und das ist natürlich so, wenn man sich das so vorstellt, ein breitbandiges Spektrum spricht die natürlich am meisten an. Also das Licht, was jetzt durch Tageslicht generiert wird, oder das Tageslicht, hat prinzipiell einfach viel mehr Wirkung, weil viel mehr Licht von allen Wellenlängen da ist. Du hast gesagt, die bekommen gar keinen Input von den Stäbchen und Zapfen. Funktioniert das dann auch zum Beispiel bei blinden Menschen? Genau, also das sind sehr interessante Studien, die schon in den 90er Jahren gemacht wurden. Da wurde nämlich gezeigt, dass bei Personen, die eigentlich gar keine Zapfen- und Stäbchenfunktion haben, also wirklich blinde Menschen, nach allen klinischen Kriterien blind und auch nachgewiesen, dass es da keine anderen Signale gibt, dass die nämlich auf Licht am Abend so reagiert haben, dass ihr Melatonin unterdrückt wurde, also die Produktion des körpereigenen Hormons Melatonin. Halt, Stopp! Damit gar nicht erst Verwirrung aufkommt. Melanopsin und Melatonin haben zwar ähnliche Namen, aber chemisch nichts miteinander zu tun. Bis jetzt haben wir von Melanopsin geredet, einem Molekül in der Netzhaut, das direkt auf Licht reagiert. Und Melatonin? Melatonin ist ein Hormon, das im Gehirn ausgeschüttet wird und uns müde macht. Melanopsin hat seinen Namen bekommen, weil es zuerst in den sogenannten Melanophoren von Fröschen entdeckt wurde. Das sind Zellen, die Farbänderungen ähnlich wie bei einem Chamäleon möglich machen. Diese Melanophoren brauchen Melanopsin, um auf Licht reagieren zu können, damit das Farbpigment Melanin an die Hautoberfläche kommt und sich damit die Farbe des Froschs ändern kann, wenn sich zum Beispiel das Licht ändert und der Frosch daher eine andere Tarnfarbe braucht. Also, Melanopsin, Melatonin und Melanin sind drei unterschiedliche Moleküle. Melanopsin ist das Photopigment. Melatonin ist ein Hormon, das müde macht und Melanin ist ein Pigment, beispielsweise in unserer Haut, das uns im Sommer braun werden lässt. Aber Verbindungen zwischen den Molekülen gibt es doch. Wenn Licht auf unsere Netzhaut und damit auf das Melanopsin in den melanopsinhaltigen Ganglienzellen trifft, dann unterdrückt Melanopsin die abendliche bzw. nächtliche Ausschüttung des müdemachenden Hormons Melatonin. Wird also die Ausschüttung des müdemachenden Melatonins am Abend unterdrückt, sind wir im Umkehrschluss wacher. Je weniger Licht, umso mehr Melatonin wird ausgeschüttet. Je mehr Melatonin ausgeschüttet wird, umso müder werden wir. Und weil das sogar bei Blinden funktioniert, die keine funktionierenden Stäbchen und Zapfen haben, wissen wir, dass die melanopsinhaltigen Ganglienzellen für ihre Arbeit gar nicht den Input aus den Stäbchen und Zapfen brauchen, sondern unabhängig sind. Jetzt habe ich ja auch schon das Gehirn erwähnt. Dann gucken wir uns das doch mal genauer an. Was genau passiert im Gehirn, wenn das Auge meldet, dass die Morgensonne mit mehreren zehntausend Lux feuert? Genau, also da gibt es unterschiedliche, letztendlich unterschiedliche Bahnen im Gehirn. Und die, die wir eigentlich recht gut verstehen ist oder funktionell recht gut verstehen, ist die, die das Auge mit dem Hypothalamus verbindet. Das ist ein Teil des Gehirns und in diesem Hypothalamus ist eben eine Struktur, die heißt Nucleus Supra Chiasmaticus. Das ist ein kleiner, oder zwei, letztendlich zwei Nerven, Teile des Gehirns, zwei Nervenareale, die eben dafür zuständig sind, unsere innere Uhr zu steuern. Das heißt, wir haben eine direkte Verbindung von der Umgebung, die durch die Netzhaut wahrgenommen wird und dann quasi der inneren Uhr mitteilt. Ah, ja, jetzt ist es Morgen oder jetzt ist es Abend eben durch Lichtinformation. Der Hypothalamus ist aber auch empfindlich auf andere Reize, also zum Beispiel Nahrungsaufnahme, Temperatur und andere jetzendlich Umgebungsfaktoren, die der inneren Uhr natürlich irgendwie ein Signal geben können. Und der macht dann, dass du zum Beispiel abends um 10, 11, wann wirst du müde? Ja, 23 Uhr so, um 11 circa. Das macht dann der Hypothalamus, dass du da müde wirst und so langsam Richtung Bett gehst. Genau, also es ist natürlich ein recht kompliziertes System. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist nur der Hypothalamus. Da gibt es natürlich dann interessante Verbindungen tatsächlich zur Ausschüttung von Hormonen. Ja, es ist nicht so, dass da neural einfach gesagt wird, jetzt ist es müde, jetzt gehst du schlafen, sondern es ist natürlich verkettet mit der Ausschüttung von Hormonen. Und abends insbesondere wird eben dieses Hormon Melatonin ausgeschüttet vom Körper. Das hängt so ein bisschen tatsächlich davon ab, was ist man für ein Chronotyp. Und dann auch noch unterschiedliche Faktoren, die jetzt den Beginn dieser Ausschüttung nach hinten oder nach vorne verschieben. Chronotyp, interessant. Das heißt, es geht auch um individuelle Unterschiede. Das will ich nachher noch genauer wissen, aber jetzt erstmal wieder zurück. Du hast mir in der Vorbereitung auf das Interview gesagt, du würdest dich gerne am Vormittag mit mir treffen, weil du da am wachesten bist. Wie weiß denn jetzt eigentlich dein Körper, das gerade Vormittag ist? Es gibt ja auch am Nachmittag viel Licht. Genau, also das ist so, dass unsere innere Uhr natürlich läuft, unabhängig von Licht. Also wenn man jetzt eine Person aus Licht-Dunkel-Verhältnissen rausnimmt und in konstanten Bedingungen hält, was in den Studien in den 70ern zum Beispiel gemacht wurde, dann ist es natürlich so, dass diese innere Uhr weiterläuft. Das heißt, man hat einfach, ja, Schwankungen mit einer Periode von circa 24 Stunden. Da gibt es zum Beispiel sehr, sehr spannende Studien tatsächlich, wo Leute in Höhlen gegangen sind, also als Selbstversuch sozusagen geschaut haben, naja, wenn man jetzt kein Außenlicht hat, was folgt man dann trotzdem einem weiter, Schlaf-Wach-Rhythmus etc. Das Ganze wurde dann tatsächlich auch in Versuchen nochmal gezeigt. Das heißt, wir haben eine innere Uhr, die prinzipiell erstmal vom Licht- und Dunkelwechsel unabhängig laufen kann. Das ist aber so, dass diese innere Uhr jetzt nicht genau auf 24 Stunden läuft. Das ist tatsächlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Da gibt es also Unterschiede in der Periodenlänge unserer inneren Uhr. Nur ist es natürlich so, dass die Präsenz von Licht oder die Möglichkeit, sich Licht auszusetzen, der Licht-Dunkelwechsel, hilft der inneren Uhr, sich immer wieder zu synchronisieren und genau den 24-Stunden-Rhythmus letztendlich beizubehalten. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, ich habe diese innere Uhr und die läuft weiter wie eine Taschenuhr aus dem 19. Jahrhundert und das Licht ist quasi, das stellt ab und zu diese Uhr einfach neu. Könnte man das so sagen? Genau, das ist genau so, wie man das eigentlich beschreiben würde. Wir nennen auch Licht in diesem Zusammenhang Zeitgeber. Also es ist quasi ein Signal, was uns sagt, okay, das ist die objektive oder äußere Zeit. Und die Wirkung von Licht ist natürlich, als Zeitgeber, ist natürlich durch diese Nervenbahn gegeben. Aber Licht ist wirklich ein wichtiger Faktor und wenn nicht der wichtigste Faktor in der Einstellung der inneren Uhr. Und magst du noch oder kannst du noch was Genaueres dazu sagen, wie genau das jetzt funktioniert? Also diese Signale aus dem Auge, aus den melanopsienhaltigen Ganglienzellen kommen im suprachiasmatischen Nukleus an. Und was genau macht der dann damit? Was löst der aus? Wie funktioniert das so auf ganz basaler Ebene? Ja, also man kann sich den SCN, also den Nukleus Supachiasmaticus, so vorstellen wie einen Dirigenten, der letztendlich den Zellen unseres Körpers den Takt angibt. Also es ist so, dass wir eigentlich in fast allen Zellen unseres Körpers eine innere Uhr haben. Also es gibt eine molekulare Uhr auf Zellebene. Und ja, also das ist natürlich so, wenn man sich das jetzt vorstellt, es gibt Zellen, die irgendwie, oder auch Organe, die jetzt einen ganz bestimmten zirkadianen Rhythmus haben, die müssen irgendwie eingestellt werden. Und das funktioniert letztendlich über biochemische Prozesse im Körper. Und man kann sich diesen SCN quasi als Dirigenten vorstellen, der das Orchester sozusagen im Takt hält. Und was muss da alles im Takt gehalten werden? Wer spielt da denn mit im Orchester? Letztendlich alle physiologischen Prozesse in unserem Körper. Also das geht von Stoffwechselprozessen in der Leber, es geht natürlich um uns Gehirn dabei. Es geht da auch um, ja, die immunologische Funktion. Letztendlich ist alles, was irgendwie in unserem Körper ja stattfindet, folgt einem Tagesverlauf. Und diese innere Uhr, ja, läuft natürlich am besten, wenn quasi alles irgendwie synchronisiert ist. Und wenn der Dirigent fehlen würde, käme natürlich irgendwann alles aus dem Takt. Ein Orchester ohne Dirigenten gibt es zum Glück sehr selten. Aber bei manchen Mäusen bewegt der Dirigent den Taktstock etwas schneller. Das wurde bereits in der Vergangenheit von anderen Forschenden untersucht. Es gibt bestimmte Arten von Maus, die eben Mutanten sind, was die Länge oder die Periode der inneren Uhr anbelangt. Das heißt, die laufen letztendlich, also haben Leben einen Tag, der viel kürzer ist als 24 Stunden. Wenn man jetzt von diesen Mäusen den SCN rausnimmt und in eigentlich normale Mäuse tut, dann laufen diese normalen Mäuse auch mit diesem kürzeren Tagesrhythmus. Das heißt, da ist etwas molekular irgendwie in diesen Neuronen, in diesen Nervenzellen inkodiert, was sagt, okay, wir haben hier eine ganz bestimmte Periode, die ganz bestimmt laufen soll. Das heißt, es ist wirklich maßgeblich für letztendlich die Organisation unseres Verhaltens und unserer Physiologie, was dieser SCN macht, was der superchirismatische Nucleus macht. Und du hast vorher jetzt auch gesagt, das hat dann Auswirkungen auf das Immunsystem, auf den Stoffwechsel. Kann man an den Mäusen dann auch irgendwas sehen, was da passiert mit sowas? Also in diesem speziellen Versuch, da ging es tatsächlich darum zu zeigen, wie ist es, wenn man jetzt diese Mutanten, also diesen SCN rausnimmt und wo genau ist diese Information. Aber es ist durchaus so, dass allgemein Licht zur falschen Zeit und dementsprechend eine falsche Einstellung unserer inneren Uhr eben wirklich negative Gesundheitsauswirkungen hat. Licht zur falschen Zeit, da hört man ja ganz viel drüber. Ich kriege ganz viel Werbung mit, ja, kauf dir ein Blaulichtfilter oder viele Empfehlungen. Schau nicht mehr auf dein Handy nach 8 Uhr, weil Bildschirme Blaulicht haben. Kauf dir eine Tageslichtlampe für morgens und so weiter und so fort. Was ist denn davon zu halten? Hilft das uns, unseren Rhythmus zu normalisieren? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Was wir neurobiologisch wissen, ist natürlich, dass helles Licht einen großen Einfluss hat und die Abhängigkeit, also die Wirkung von diesem hellen Licht tatsächlich davon abhängt, wann man sich dem aussetzt. Also morgens ist helles Licht gut, weil es letztendlich uns aufweckt und auch unseren Rhythmus im Prinzip nach vorne stellt, so ein bisschen. Licht am Abend hat natürlich negative Effekte, eben weil der Melatonin-Haushalt gestört wird und auch der Rhythmus nach hinten verschoben wird. Jetzt kann man das Ganze, ja, sagen wir mit Technologie irgendwie bearbeiten, dass man versucht, okay, wir haben jetzt diesen Nightshift-Filter zum Beispiel oder wir setzen uns blau-blockende Brillen auf und so weiter. Das sind aber meiner Meinung nach, also technologische Lösungen natürlich, die irgendwie basierend sind auf der Neurobiologie. Meiner Meinung nach ist eigentlich da, wo man ansetzen sollte, das Verhalten. Also wie verhalten wir uns gegenüber Licht? Und es ist natürlich auch so, wenn man sich jetzt um 20 Uhr oder 22 Uhr was auf dem Handy anschaut, auf dem Smartphone und sich dementsprechend Licht aussetzt, da gibt es ja einen Grund dafür. Also wir sind ja irgendwie angezogen durch den Inhalt, der jetzt in einem Smartphone irgendwie uns ermöglicht wird. Und ja, natürlich kann man da das Licht dann, das blaue Licht dann rausnehmen. Trotzdem sind wir ja dadurch aktiviert, dass wir einfach nur aufs Handy schauen. Also es ist quasi eine zu kurz gegriffene Lösung. Man müsste eigentlich sagen, naja, was genau ist jetzt verhaltensmäßig hier los? Warum will man denn überhaupt aufs Handy schauen? Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass diese Blaulichtfilter oftmals eine begrenzte Wirkung haben auf die Aktivierung der Melanopsienhaltung in den Gangdienzellen. Also man kann Blaulicht rausnehmen, aber was viel effektiver ist, ist, dass man es einfach dimmt, das Display. Also wenn man von 100% im Nightshift-Mode ausgeht und dann einfach auf 1% dimmt oder so, da hat man einen viel größeren Effekt als das, was der Nightshift-Mode machen kann. Es gibt ja ganz viele Situationen, wo wir auch unseren Rhythmus einfach umstellen müssen. Zum Beispiel, wenn wir Jetlag haben oder Schichtarbeiter mit wechselnden Schichten. Können wir da das Licht auch ganz gezielt für uns nutzen? Ja, das kann man. Das ist also theoretisch möglich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, okay, ich fliege von San Francisco nach Berlin oder von Berlin nach San Francisco, dann kann ich prinzipiell von vornherein schon sagen, okay, ich fange jetzt mit einer Umstellung an vorher und setze mich sozusagen Licht zur richtigen Zeit aus, also noch bevor ich abgereist bin und komme dann quasi schon mit meiner inneren Uhr eingestellt richtig dann am Ziel an. Das ist theoretisch möglich und wir wissen auch, dass das zirkadiane System, also wir haben eigentlich ein relativ gutes Verständnis davon, was man machen muss, zu welcher Zeit, um diese Einstellung zu erwirken, basierend natürlich auf Laborstudien. Das Problem daran ist natürlich, dass jetzt ich nicht weiß, wo meine zirkadiane Phase liegt. Ich kann das schätzen, ich weiß, wann ich zurück ins Bett gegangen bin, wann ich aufgestanden bin und kann dann durch die Schlafzeit letztendlich schätzen, wo meine innere Uhr gerade steht. Aber ich als Privatperson, ja, es ist relativ schwierig, das zu tracken und zu wissen, okay, ich steige jetzt in den Flieger, jetzt habe ich dieses Licht gekriegt, jetzt ist das passiert, ich bin jetzt genau da. Also das ist theoretisch möglich, praktisch, aber meiner Meinung nach nicht wirklich umsetzbar, es sei denn, man hat zum Beispiel ein Lichtmessgerät bei sich und weiß jetzt genau, okay, zu dieser Zeit habe ich mich diesem Licht ausgesetzt. Manuel ist neben seiner Tätigkeit als Forschungsgruppenleiter in Tübingen auch noch Professor an der TU München. In seiner Forschung am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen dreht sich alles darum, wie Licht auf uns wirkt. Hauptthema meiner Forschung ist natürlich die Wirkung von Licht auf den Menschen, sowohl physiologisch als auch auf unser Verhalten. Und was ich sehr viel mache dabei, ist, ja, Licht so zu kontrollieren und so zu manipulieren, dass wir ganz bestimmte Wirkungen erzielen können. Wir hatten ja vorhin von einem Spektrum gesprochen, das unterschiedliche Wellenengen hat. Was ich im Labor machen kann, ist, ich kann sehr viele unterschiedliche Spektren herstellen und dann die so einstellen, dass ich nur bestimmte Photorezeptoren anspreche. Das heißt, ich kann letztendlich damit dann sagen, okay, hier sind zwei Spektren, die sprechen die Zapfen genau gleich an, die sprechen die Stäbchen genau gleich an und die sprechen eben nur die Melanopsienhaltigen Gangneenzell an. Und damit habe ich experimentell eine Methode, um fragen zu können, okay, was machen denn diese Zellen? Wie wirken die sich aus auf unsere Wahrnehmung, unseren Pupillenreflex und eben auf unseren Melatonin-Haushalt? Also ich spiele letztendlich viel mit Licht und betreibe sozusagen, ja, so ein bisschen, ja, also was ich jetzt auf Englisch halte, Spectral Engineering bezeichnen würde. Also wir bauen Spektren so zusammen, dass wir mit dem Licht, ja, die Photorezeptoren selektiv ansprechen können. Die drei verschiedenen Photorezeptoren, die Stäbchen-, Zapfen- und Melanopsienhaltigen Gangneenzellen, können ja unabhängig voneinander funktionieren. Das hatten wir ja vorhin schon besprochen, als wir festgestellt hatten, dass blinde Menschen, die keine Zapfen und Stäbchen haben, dennoch Signale von den Melanopsienhaltigen Gangneenzellen bekommen. Dies bedeutet also, dass die Melanopsienhaltigen Gangneenzellen unabhängig funktionieren können. Aber nur weil sie unabhängig funktionieren können, heißt das nicht, dass sie bei normal sehenden Menschen auch wirklich unabhängig funktionieren. Bei normal sehenden Menschen, die also normal funktionierende Zapfen und Stäbchen haben, hat man nämlich herausgefunden, dass die Zapfen und Stäbchen mit den Melanopsienhaltigen Gangneenzellen interagieren. Über diese Interaktion zwischen den Zapfen und Stäbchen mit den Melanopsienhaltigen Gangneenzellen möchte Manuel durch seine Forschung auch mehr erfahren. Also diese Melanopsienhaltigen Gangneenzellen, die kriegen keinen Input von den Zapfen. Oder ist das eigentlich noch anders? Es ist nämlich so, dass diese Melanopsienhaltigen Gangneenzellen keinen Zapfen und Stäbcheninput brauchen, aber viele dieser Melanopsienhaltigen Gangneenzellen Input kriegen von denen. Das heißt letztendlich, die haben von sich aus die Möglichkeit, auf Licht zu reagieren. Normalerweise kriegen die aber auch ohnehin Input von den Zapfen und Stäbchen. Das ist noch ein bisschen kompliziert. Das heißt, damit diese Zellen reagieren, also die integrieren letztendlich die Information von den Zapfen und Stäbchen auch. Und das ist, finde ich, schon auch eine Forschungsfrage, die interessant ist, nämlich, wie funktioniert diese Integration? Wenn ich jetzt einen bestimmten Lichtreiz habe, der die Melanopsienhaltigen Gangneenzellen anspricht und die Zapfen und Stäbchen, ja, was kommt dann tatsächlich bei den Zellen als Output raus? Also wie funktioniert letztendlich die Integration der unterschiedlichen Photorezeptorzellen? Warum haben wir überhaupt unterschiedliche Photorezeptoren für Farbwahrnehmung, Raumwahrnehmung und diese zirkadiane Photorezeption, also diese nicht-visuellen Effekte von Licht? Was genau steckt dahinter, dass man da unterschiedliche Zellen braucht überhaupt? Und? Was steckt dahinter? Ja, das ist eine sehr... Also ich denke, da ist einerseits evolutionär sicherlich eine spannende Frage. Warum ist es nämlich so, dass Melanopsien tatsächlich in sehr vielen Spezies so ist, wie es wie bei Menschen? Also es ist wirklich unglaublich konserviert evolutionär. Und ja, also ich denke, was natürlich durch unterschiedliche Spektralempfindlichkeiten, die diese Photorezeptoren haben, ermöglicht wird, ist natürlich eine viel breitere Antwort auf Licht. Also wenn ich nur einen Rezeptor habe, der eine ganz bestimmte Wellenlängempfindlichkeit hat, dann reagiert der eben in diesem Bereich. Wenn ich unterschiedliche Rezeptoren habe, die auch in dieses System quasi reinfüttern sozusagen, ermöge ich sozusagen ja eine viel breitere Antwort. Und ja, diese Signalintegration, da wissen wir eigentlich relativ wenig drüber im Menschen. Und das ist genau etwas, was ich jetzt eigentlich auch bearbeiten werde. Jetzt bleibt aber immer noch die Frage, wieso ist Manuel gerade wacher als Sophia? Und das, obwohl Sophia auch zum Institut gelaufen ist und auch eine Lichtdusche erhalten hat. Ich bin immer noch nicht wach. Du bist wunderbar wach. Was ist da los? Ja, also vielleicht bist du ein später Chronotyp. Also Chronotyp hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Das ist letztendlich, ja, das hört man ja immer wieder Eulen und Lärchen. Also Nachteulen, die natürlich eine spätere Präferenz haben und Lärchen, die eher früher im Tag arbeiten. Es kann einfach sein, dass du, also deine optimalen Arbeitszeiten vielleicht nicht 9 Uhr bis 17 Uhr sind, sondern vielleicht eher 11 bis 19 Uhr. Also da gibt es durchaus eine Variabilität und interindividuelle Unterschiede, die eben sich auf unsere Leistungsfähigkeit auswirken. Dazu kommt natürlich, ja, es kann ja auch einfach sein, dass man mal schlecht schläft aus irgendeinem Grund oder es gibt Krach im Haus oder was auch immer. Und da hat man natürlich dann auch, ja, am nächsten Morgen irgendwelche Probleme. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass du, ja, jeden Morgen irgendwie ein bisschen brauchst, um wach zu werden, vielleicht bist du dann tatsächlich ein später Chronotyp. Und da kann man auch nichts machen? Das ist einfach angeboren? Das verändert sich tatsächlich übers Alter, also über unser Leben im Schnitt sind Teenager tatsächlich Spättypen. Und ja, also das nimmt dann, also man wird mit zunehmendem Alter immer früher. Dann scheint es wohl doch nicht nur Disziplin zu sein, wenn man morgens länger braucht, um in die Gänge zu kommen, sondern könnte wirklich auch genetisch verankert sein und an der Ausschüttung des müdemachenden Hormons Melatonin liegen. Ich bin total gespannt, was Manuel am Institut in den nächsten Jahren darüber herausfinden wird. Wenn ihr mehr über Manuel wissen wollt, dann schaut gerne in die Shownotes dieser Folge, da verlinken wir euch die Links zum Weiterlesen. Licht hat aber nicht nur Auswirkungen auf uns Menschen, sondern auch auf alle anderen Lebewesen. Und mit Lebewesen meine ich nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern auch Algen. Braunalgen zum Beispiel sind total spannende Lebewesen, die sich seit hunderten Millionen Jahren unabhängig von Tieren und Landpflanzen entwickelt haben. Wie man mit Licht die Fortpflanzung von Algen steuern kann, das hört ihr in der nächsten Folge. Schaltet ein, wenn wir der Algenforschung auf den Grund gehen. Auf den Grund gegangen. Ein Podcast des Max-Planck-Campus Tübingen. Vielen Dank an Prof. Dr. Manuel Spitschan, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik, dass er mit uns für diese Folge gesprochen hat.